In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, was Elemente sind und welche Vorteile sie bieten. Mit den Elementen von EmpowerDocs haben Sie die Möglichkeit, wesentliche Inhalte Ihres Dokuments hervorzuheben. Professionelle Dokumente können Sie so im Handumdrehen erstellen. Über die Schnellzugriffsleiste können Sie mit wenigen Klicks Elemente aus der Bibliothek einfügen. Klicken Sie dazu auf Inhaltsblöcke innerhalb der Schnellzugriffsleiste, die sich am rechten Rand Ihres Arbeitsbereichs befindet. Sollte die Schnellzugriffsleiste nicht direkt sichtbar sein, klicken Sie auf Inhaltsblöcke im Elemente-Dropdown-Menü der Einfügengruppe des EmpowerRibbons. Die Schnellzugriffsleiste wird dann automatisch geöffnet. Sie können die Ordnerstruktur nun anhand der Vorschaubilder nach den gewünschten Elementen aus Ihrer Bibliothek durchsuchen. Egal ob es sich dabei um Icons, Textelemente, Tabellen oder Diagramme handelt. Um ein Element anschließend einzufügen, doppelklicken Sie einfach darauf oder verwenden Sie die Schaltfläche Inhaltsblock einfügen am unteren Rand. Das ausgewählte Element wird dann an der Stelle eingefügt, an der sich der Cursor befindet. Fügen wir nun beispielhaft alle verschiedenen Inhaltsblocktypen hier einmal ein und beginnen mit den Icons. Wollen wir nun auch einmal ein Textelement einfügen oder hier eine Tabelle und abschließend ein Diagramm. Natürlich können Sie die Inhaltsblöcke nach dem Einfügen bearbeiten, wie Sie es in Microsoft Word gewohnt sind. Darüber hinaus können auch längere Textblöcke im Handumdrehen in Ihr Dokument eingefügt werden. Die Vielfalt der Inhaltsblöcke hängt von den vom Administrator hinterlegten Inhalten ab. Soll Ihr Dokument Bilder enthalten, können Sie diese ganz einfach wie gewohnt mithilfe unserer Schnellzugriffsleiste aus Ihrer Bibliothek einfügen. Wenn Sie ein bereits in Ihr Dokument eingefügtes Bild schnell ändern möchten, klicken Sie es einfach in Ihrem Dokument an und wählen Sie dann ein anderes Bild aus der Bibliothek aus. EmpowerDocs tauscht die Elemente automatisch. Testen auch Sie die Funktion gleich gerne selbst aus und sparen Sie wertvolle Zeit. Falls Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.